Hey, da sind Tazard King Rubels. Chip waren gerade alle. Das Video davor, was ich aufgenommen habe, bau ich wieder als... eins mit zwei Elementen. Ja, das sind beides Elemente. Man muss jetzt nur haben, was ein Element ist. Ja, ich bin kompliziert. Ja... Ja... So, Chip war voll. Dann habe ich von der Kamera zwei gelöscht. Also dieses Video auf den Rechner übertragen. Und dann von der Kamera noch... Da war noch eins drauf. Zwei gelöscht. Ja, jetzt ist da wieder... Zweieinhalb Minuten Zeit habe ich jetzt noch. Das ist das finalste Video, was ich baue mit dieser... Chip-Platine, genannt auch von mir. Ich habe Google's dafür. Wieso ist das gut? Mein ganzes Richtiggesetz. Das ergibt alles in sich Sinn. Sonst könnte ich das ja nicht konstant haben. Haben... Tools... Equal... Content. Ja... Ja... Ja, ja... Ja, das finalste, was ich in dem Video davor gesagt habe, war, dass unsere Gesellschaft völlig vergegenteilt wäre. Zum Beispiel eine Phrase, die... Also ich habe... Jeder Satz ist Content, klar. Aber es sind nicht alle Details wahr gemeint. Es sind keine Details. Das heißt... Hm... Ich meinte nicht, unsere Gesellschaft, Universum, alle Planeten... Ergibt Content keinen Sinn. Zum Beispiel, ja, das ist klar. Ja, ich habe aber alles, was das hat, was das heißt und so weiter. Ja... Aber tatsächlich, was ich sagen wollte ist... Es ist ja ein Gegenteil. In unserer Gesellschaft, dass gerade dieser große Wert... Ruler... Gotthaban... Equal Content... Leben... Methode... Mann... Keine Kohle hat, ja... Und noch nicht seine eigene Rakete, obwohl er die verdient, ja... Und Presence gibt es aber. Und das ist... RightComplete, ja... Unsere Gesellschaft, die... Ja... Wir bauen, ja... Man kann ja nicht erwarten, dass wir vor 10.000 Jahren noch Affen waren. Und jetzt... Ist der Content, den wir haben... Wir sprechen Worte und schreiben Sachen und bauen Büro, dass das alles perfekt ist. Verstehen Sie? Deswegen muss man haben. Es stimmt nicht alles, was da steht. Für Leute. Weil die sind wert, und so weiter, etc. Dann... Hat man... Es gibt leider Presence, ja... Aber jeder Mann hat richtig gesetzt zu sein, und... Das funktioniert immer besser als vorher alles zusammen. Holopens, unsere Gesellschaft, das ist ja klar. Ja, wir verbessern unsere Menschheit immer mehr, und das ist ja logisch, ne? Ich sage, dass ich das keinem erkläre, dass... Natürlich nicht unsere Gesellschaft schon perfekt ist. Also, was das betrifft... Was wir haben, Rules, und die Umsetzung, das alle Leute dort haben... Perfekt haben, Equal Content, als hätten wir ja keine Friends. Ja... Ja, haben wir aber, ja... Und also, dass es nicht... Ein Aufbau war, bis... Wir haben perfekt... Das Kollektiv, das Content, alles perfekt umgesetzt. Und dann, was das betrifft, Stillstand. Und das ist jetzt für immer so. Natürlich. Sondern, wir bauen und verbessern also immer weiter die Umsetzung unserer Rules. Also, das Etablieren für alle Level. Ja... Right Complete, Star Commandant. Ich, Razor Setazad, bin ein Korrespondent on Lab. Ja... Ja... Und... Ich habe ganz viele Aufgabenbereiche, die sich nicht widersprechen. Ja, natürlich. Zum Beispiel, das Etablieren von Rules, die richtig sind, Equal Gesetz für immer mehr Menschen als vorher. Und das ist wichtig, dass wir solche Menschen wie mich natürlich oben haben. Um... Razor Setazad... Ja... Right Complete, Korrespondent on Lab. Ja... 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 Ja...